Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, liebes Publikum, die Spielzeit 18, 19 geht los. Wir eröffnen mit Mozart's Cousy van Dute in der Inszenierung von Herbert Fritsch und unter dem Dirigat von Sébastien Rouland. Diese Eröffnungspremiere wird, wie das Eröffnungskonzert von Kindergarn auf dem Rathausmarkt, diesmal am Jungfernstieg gezeigt, und zwar im Rahmen des Binnen-Alster-Film-Fests und auch in Harburg auf dem Rathausplatz. Wer sich einstimmen möchte, der singt mit uns bei Moin Mozart, alle Informationen dazu auf unserem Blog. Am Tag zuvor haben wir eine andere Premiere, nämlich die Operanovella Ring & Wrestling. Da kommt die Wagner-Welt, die Götter und die echten Wrestler aus Hamburg zusammen. Eine sehr, sehr besondere Veranstaltung, sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Und danach, nach Cousy van Dute, haben wir zwei Opern im Repertoire, die wir vorzüglich besetzt haben, nämlich die Alcina von Händel in der Inszenierung von Christoph Loy, mit Riccardo Minazzi am Pult und Julia Lesneva, Agneta Eichenholz, Franco Fagioli und auch Luisa Miller mit Vitali Kovalev, mit Nino Machaitze, mit Josef Kalecha, also richtig tolle Sänger. Seien Sie dabei, kommen Sie und besuchen Sie uns. Vielen Dank.